hat er gesagt wir machen weiter wir haben noch einiges zu tun ich würde es eigentlich ein bisschen einschmelzen wir haben ja hier ein stück gefördert sind auch gut dabei hinten das habe ich schon voll das heißt wenn wir den anschmeißen dann geht es da ein bisschen weiter und unsere macht sich da selber voll das ist ganz gut ich will auf jeden fall das mit den erdbohrer mir mal angucken wie das ganze denn so läuft deswegen ich weiß nicht ob wir den wahrscheinlich können wir den nicht kaufen wir haben jetzt hier 28 20 unzen dann zusammen die müssen wir natürlich erst mal bezahlen aber das würde ich machen dann nehmen wir den mit sonst wird es ja hinten erst mal laufen und hier könnten wir wenn wir das ganze so betrachten unser erdreich hier auch einmal wirklich komplett rumgraben also bis hier kommen wir ja ran mit denen könnten wir sogar noch ein stück nach vorne fahren dass wir hier die die ecke aushöhlen und dann haben wir hier ein riesengebiet eigentlich was wir noch mit der zentralen hier aus aus waschen könnten so auf deutsch als erstes müssen wir aber bevor dann so richtig losgeht müssen wir ihn hier hinten noch ein bisschen nach vorne ziehen weil sonst geht nämlich auch gar nichts okay und kann er hier eine weiterfahren reiche und jetzt für den trick wegen der problem wegen der schnur okay also partei schnur aber den echt jetzt sollte reichen so ungefähr also irgendwelche probleme hat er immer noch okay okay das ist sehr interessant hier muss ich sagen wahrscheinlich muss ich erst mal hier hinter zusammenziehen ich habe mich selber hier mit dem teil eingeschnüren und wahrscheinlich komme ich hier nie im leben mehr vorbei war auch alles im weg nicht also das ist ja auch ein blödsinn wieso paniken jetzt sind nicht hier über den schlauch waren ach guck mal warum zieht denn die ganze schlauch mit hier ich habe ihn was ist denn jetzt los hier ja ich will darüber jetzt gar nicht da so debattieren in meinen schädel sonst würde die nisch also auf jeden fall aufpassen ob acht macht das nicht so rein sie hat geschrieben hier wir können ja auch mit den 1 dollar modus spielen ja aber das ist ja auch das ist ja mal richtig witzfrei das ist ja wie so ein sand mode ne sandkasten mode ähm das macht mir ja gar keinen spaß denn irgendwie also ein bisschen arbeiten würde ich mir das auch natürlich wollen wir das ein bisschen so haben dass wir auch vorwärts kommen aber jetzt nicht zu einfach also das ist ja so spielt fußballspiel und da steht schon 100 zu 0 für mich oder kann ich auch weißt du in 5 minuten 20 puten reinkriegen gewinnt trotzdem weißt du ne das nicht so wir pesen hier schön lang wir haben ja 16 uhr der tag hat sich schon mal richtig gelohnt muss ich sagen wir müssen daran denken dass man natürlich auch eine menge jetzt abzudrücken haben wir haben ja ein stück was gefunden zwei einmal haben schon ordentlich geballert ne aber es macht natürlich auch richtig richtig fetzig wenn wir jetzt noch viel viel mehr erwirtschaften können besonders wir werden ja jetzt gut geld machen ne also ich rechne ja jetzt damit dass wir auf jeden fall 25.000 einnehmen werden müssten sogar noch mehr sein als 25.000 so aber wir gucken uns eh gleich den erdbeeren mal an was der bedienen kostet und den einfach mal so ein bisschen uns ausleihen mehr nicht achso den haben wir als verlust das ist auch nicht geil wenn ich so viel verliere ach mehr kann der gar nicht machen oder wird echt nicht hä kann ich nicht verstehen dass der ne handelt macht aber ich glaube der erdbeeren wird auf jeden fall ein bisschen mehr kosten denn ich bin immer kein fan von leinen oder sowas ne gehört mir auch wenn ich zum beispiel für den garten gibt es ja viele so sachen die man sich leinen kann heckenschere und sowas bei obi oder hagebau oder hast du nicht gesehen ne und was der da jetzt gibt und ich muss sagen ich bin nicht so der fan davon ne diesmal war ich aber hier ja weil wenn man garten hat wird man es öfters brauchen so die fette maschine kostet natürlich richtig richtig viel und hier miete menge hä achso da steht doch dingsbums ah ok ja dann eigentlich zwei tage aber es lohnt sich gar nicht jetzt für uns hier oder ist das denn genau zweite acht wird schon genau zwei tage sein miete und jetzt ich habe kein 12 ich verstehe das spiel nicht erdbohrer 7 ne stopp mal ausgang wieso hab ich denn jetzt so viel gemacht ja zweimal achso bestellung ok jetzt könnten wir jetzt könnten wir wieso hab ich zwei jetzt ne achso ja oh 20.000 dafür bräuchten wir denn nicht jetzt aber warum hab ich denn jetzt zwei erdbohrer von die tot ich muss jetzt nicht für jeden so viel geld zahlen das wäre ja mal richtig schwach sind und wo kann ich die verkaufen und wo kann ich die verkaufen erstmal uns für 20 Unzen abholen ja werden schon 24 sein oder so wer geht mal zumindest 18 Uhr ok ah ja stimmt klar ich habe ja jetzt nicht die 600 und jetzt kann ich wieder machen oder was ist denn das Problem dass er nicht alles machen konnte das können wir uns ja beim nächsten mal abholen das können wir uns ja beim nächsten mal abholen was jetzt fertig wird wird er jetzt fertig die meinte auch so wir sollten vielleicht mal sparen auf den Kurs aber wir sind ja auch jetzt auf das Geld angewiesen wenn wir jetzt natürlich keine Kosten hätten und man tagelang graben kann und nur graben möchte werdet ja auch jetzt kein Problem dann macht man das eben halt und dann achtet man auf den Kurs bis es 42 kostet dann macht ordentlich Gewinn da dran war für uns eins ist das natürlich dann was anderes so wir können erstmal hier hin können wir nämlich auch verbessern hier können wir den verkaufen und verdienen damit 21 wir gucken mal auf die Börse oh ja die hat sich ein bisschen 42 ein bisschen erholt schon wieder ne wir tun das mal ne hier verkaufen und dann machen wir hier bei der Partielle ein Dingsbums Platz verbessern und was können wir jetzt ach für 30.000 ok aber am wichtigsten wird ja auch sein wie zum Teufel wie zum Teufel kann ich den zweiten Erdbauer jetzt einfach kaufen ja was haben wir denn hier jetzt nochmal ok ok das können wir nicht machen den können wir jetzt dazu machen und sonst so den hier mhm bei Haines Starboard und Old Rain ne das ist ja hier bei uns also ich dachte das ist so anders weil ich hier drücken muss das haben die ein bisschen komisch erklärt ok ja dann haben wir eben zwei doppelte Miete ich hab ja ich ein bisschen scheiß hier auf die Unzen auf die Unze fertig und zack kann ich hier 50 Erdbohrer beschäftigen achja und hier mit dem Laptop wir hatten ja eigentlich so die letzten Male dass es mit den Laptops noch gar nicht funktioniert hatte das hat er auch noch geschrieben fällt mir grad so ein der Toasty in der Nähe einfach Toasty ich weiß gar nicht mehr ob der Toasty steht oder ein Toast oder der To oder irgendwie so in der Nähe einfach Toasty wie bist du ein der Toasty so weiter geht's freu ich mich jetzt sonst renne ich heute Abend wieder rum frau ich und denke so ich hab ne Macke weil ich hier den ganzen Abend immer wieder so da u di da u di und da manchmal schaffe ich weiss nicht kennt ihr das wenn man selber mit sich selber Insider schafft ne das gibt ja so in Freundschaften ne da hat man keine Ahnung da ist man unterwegs war und dann gibt's eine Hotdog Bude und da passiert was lustiges und dann erschafft sich in diesem Moment so ein Insider was du nur mit deinem Kumpel kennst ne Freundinnen etc Familien Freundeskreis hast du nicht gesehen und ich mach das manchmal mit mir selber weil so Momente für mich schaffe ich das alleine in der Küche ich freu mich da so ne achso und wie mach ich das jetzt hier wo ist denn der Erdbohrer überhaupt hat einer meinen verdammten Erdbohrer gesucht? Alter wo ist der? ja auf jeden Fall schaffe ich das für mich selber so gibt's denn hier wir haben hier Karte des Goldes da kann ich ja nichts machen ne da gibt's ja den Wald und sowas ne Parzell 1 und sowas wo habe ich denn hier genau meine Kante weiß das eh noch? bohrennummer bohrennummer hello hat hier einer meinen Erdbohrer gesehen? permafrost herbst permafrost وبart einzelne Bohrungen ja das will ich ja machen gehe ich erstmal kurz zum laptop naja jetzt muss man mal gucken wie ist das ganze wo ist mein verdammter erdbauer möchte vom laptop machen ach jetzt geht es auf einmal nur mit der bank transport okay ihr könnt mal das alles dann so machen bestelle bohrungen bist du sicher dass du okay kosten 15 immer sehr viel hoch sie versteht es immer noch nicht so richtig ganz mit den erdbohrungen normal ich würde jetzt in diese fette maschine sehen und hier steht einfach keine aber ich werde jetzt nicht nur 80.000 links dafür bezahlen müssen oder also ich würde mir nicht ein erdbauer und bestellte noch mal irgendwas halt gerade verkackt glaube ich mit dem hin und her drücken habt ihr ja nichts der falsche ich habe hier nur das eine gebracht hat aber wo würden die tennis stellen weil hier so und nirgends andere sie haben ja nicht zähne stellen also für die diejenigen die das hier kennen weil sie selber spielen oder schon mal gesehen haben die ist ja denn auch sie werden ganz genau wissen wurde jetzt steht aber diejenigen die sind jetzt auch zum ersten mal hier so sehen das ganze werden sie ja auszudenken müssen der scheiß erdbauer außer natürlich ich habe den weggeklickt ne wenn ich mal nicht hoffe aber kann ich mir nicht vorstellen mir echt nicht vorstellen so gut wie ich hier rumfahre werde ich das nicht wegklicken kann ich mir nicht vorstellen aber ja wie mit den eigenen insidern gibt es auch nur sachen die ich so lustig finde ich einmal gesehen habe und wenn die durch den kopf gehen selber dann lache ich mich halb kaputt also dann finde ich das so witzig direkt denn selber vor mich hinschmunzeln und die tolle ist wenn du so irgendwie auf dem weg so fett wirst ich habe schon auch viele menschen so erwischt muss ich sagen aber man sitzt im auto und grinst dann vor sich hin da gibt es dann was krabbelt hier unten da gibt es dann auch so menschen die denn in dem moment just dann rüber gucken ach guck mal hier habe ich nicht gemacht so du bleibst aber jetzt auch da ne ich habe maschine bewegen nicht gedrückt ach so scheiße ihr wollt ja wenigstens eine erdbauer machen ne und die denken natürlich denn man ist komplett irgendwie bescheuert oder sowas ne und dann haben die wahrscheinlich auch recht das wird in in hoher wahrscheinlichkeit auch so sein so jetzt waren wir hin und her eigentlich ziemlich erfolgreich wir sind zwar pleite wie sau aber wir haben noch ein benzin was also ein tankanhänger der voll ist unsere pumpe macht auf den meter genau 60 meter fördern bis zu unseren zu unserer mobilen waschanlage deswegen alles gaut alles toll und wir haben unsere kleinen förderbänder noch wo wir mindestens 20 gramm rauskriegen das heißt wir werden so bei 80 gramm zusammen was wir auch denn ja noch verhökern könnten was er wahrscheinlich auch anbieten müssten hier ist er hey bin mal gespannt jetzt wenn wir das jetzt hier gleich machen erstmal nach hinten fahren come on da gibt es ja auch motor ja okay ich habe nicht gehört dass er anders herz ist erst ach du eiliger oh hier gibt es ja markierungen das ist ja jetzt cool ne kann ich denn das borra senken ist der echt dazu da in meinen einzelnen teil da reingefahren ist ja lächerlich so ich hätte hier gerne welche ist denn eine gute zahl ich würde sagen die 92 wird hatte ja davon so unter dem borra ah das ist denn die kippneigung f oooo ich hätte Sie noch etwas machen das ist der nächste maschine muss ich jetzt hier irgendwas machen also die beiden tasten die klammer auf kann man zu her wo sollen das sein klammer auf klammer zu das ist doch da vorne okay wusste gar nicht dass man das kann sieht jetzt hier irgendwas wie viel gänge wir haben raus wollte ich nicht was hat er angezeigt und sieg jetzt eine eine fördermenge okay ah guck mal okay menge im goldboden hast du nicht gesehen legende aber ich kann also aber der macht ja gar nicht tief ich dachte geht richtig tief jetzt das ist eine richtige erdbohrung ja machen wir erstmal ein paar gucken mal oh ich habe sogar gold gekriegt ne ich ziehe sogar jetzt ist schon gold raus so nicht schlecht wird das kommt letztendlich noch dann gucken wir uns auf der karte an könnt ihr gerne mal schreiben würdet ihr denn jetzt so oh was denn da so auf einmal 400 gramm ob ihr jetzt alles hier durchmachen würdet oder ne hier ist alles sehr sehr goldig auf jeden fall wir gucken uns das jahr beim nächsten mal weiterhin an und ich danke euch schon mal für zuschauen und bis zum nächsten mal habt einen schönen abend und bitte tschau tschau